Ok, Herzlich Willkommen zu GTA Online mit Lukas inzwischen, ich hab davor ja eine Integlone-Show, wo ich ein Lorg gespielt hab und jetzt haben wir eben zu sammeln auf eurem Server und das hat ja noch ein bisschen das Lambda hat, ne, wir haben das Spiel geschafft. Ja, genau, wir haben uns flat gefunden. Vor mir zu dir. Wahrscheinlich schon am Highway zu mir. Ja, da können wir schon. Ich lauf schon auf die andere Straßenseite, damit du nicht die verkehrte Seite erwischst. Wow, du fährst eine richtig schniefelte Karre, ey. Ich seh grad, ich hab noch hin und wieder so ein paar Pixel drin, halt irgendwie. Ich muss mal schauen, ob ich die irgendwann mal rausbringe, aber momentan. Pixel, ja so gut. Wunderbar. So, dann fahren wir mal irgendwo hin. Wovon wir hin? Will man in der Maka sitzen? Na, einfach in die Wildnis, glaub ich. Einfach in die Wildnis? Jo. Oh fuck. Ich hab mein Skype nicht ausgeschönt. EGAL. Weil bei mir hat's grad vorgelegt. Ich hoffe einfach mal... Ne, ich weiß nicht, ich hab nicht aufgepasst. Ich hoffe einfach mal, dass mich keiner mehr anschreibt. Ach, da hab ich nix. Also wegen dem hätt ich nicht fremst. Ja, ganz ehrlich, ich wär da voll ohne Duscht. Ja, du schon. Waffen? Ja. Ach, wo? Oder hast... Ich hab schon ein paar Waffen, ich weiß nicht. Ja, ich hab halt gerade ein Pistol, ne. Ich hab da überhaupt nichts gemacht, quasi außer das Tutorial. Ja, dann kaufst du dir jetzt Waffen. Ja, dann kaufen wir uns meine Waffen. Ja. Muss ich eigentlich mit Bargeld zählen oder kann der das vom... vom Dings... Das... das kannst du vom Bankkonto machen. Wird. Das geht... Das geht... über Kreditkarte. Okay. Dann... Lass mal sehen deinen Guns hier. Okay, eine Pistole hab ich schon. Schall gedämpft wär natürlich geil noch. Mhm. Training Gas, ist alles Haftbombe, Kanister. Kann ich da noch... Gefechtspistole, AP, Schlagstock. Brauchen wir einen Schlagstock? Oder Messer oder sowas? Messer ist besser. Oh, fremd. Ist egal. Äh, ich kann mir aber von... Waffenmäßigen überhaupt nichts kaufen. Die hat noch ohne gesperrt sich... Ah, nein, da drin hat er noch bohr. Genau, da drüben ist auch die fremd. Spezialkarabiner, was ist denn da... Schaden, Feuerrate, Genauigkeit... Mhm. Ich zeig mal, der Zuschauer schafft meinen Charakter. Ähm, kommst du auch oder wie? Ja. Okay, möchtest du dem Walter schnell noch... Dings senden, eine Anfrage quasi. Damit der einer kommen kann zu uns. Okay, der Walter kommt auch noch. Okay, dann... Aber der kommt nicht den Teamspeaker. Den hört man vielleicht hin und wieder mal in den Hintergrund. Also... Ja, dann öffnen... Leuchtpistole. Geil. Ich hab den aber nicht auf Social Club als Freund. Okay, ich schau gleich, gell? Ich kauf mir grad noch irgendeine Waffe oder sowas. Verlebt man die eigentlich, wenn man stirbt? Ähm... Ich glaub nicht. Außer du hast das ausgerüstet. Also wenn du grad damit schierst, dann verlierst du Munition oder halt die ganze Waffe. Okay, ich schau grad bei Präzisionsgewehr, aber die hat halt keine Feuerrate, ne? Schrofflinte. Ich glaub ich kauf mal einen Karabiner. Äh, wie heißt denn der Walter? Äh... Walter CDI unterstrich 7, glaub ich. Ja, nur CDI. Nur CDI. Ja, unterstrich 7. Okay, Freundschaftsanfrage gesendet. Nein, 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 nein. Äh, ähm... Wie das geht ja halt? Handling, ne? Okay. Ich glaub ich kauf jetzt einfach die, dann fertig. Ja, gekauft. Spezialkarabiner, fertig. Ja, dann wird. Muss man da... Mhm. Muss man da Muni dazu kaufen, oder? Ähm, ja, solltest du. Ach, das kann man auch. Muss man aufleveln? Ja. Cool. Oh, leck. Infernrohr, alles gibt's auch. Ja, ja. Schalldämpfer. Schalldämpfer. Schalldämpfer natürlich abziehen. Ja, nice, ey. Was haben wir da? Griff. Griff macht Genauigkeit. Mhm. Schwarzer Farbton ist schon drauf. Ah, nee, nee, schwarz. Ich mag lieber schwarz haben. Griff. 7300. Ah, ich geb mir nicht zu feier aus. Also 60 Schuss werd ich mal wegkaufen müssen. Ja, mindestens. Die verbraucht man ganz schnell. Wird man da einfach klick, 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 klick machen, bis man voll ist, oder was? Ja, bis du gar Geld mehr hast. Ja. 120. Ja, halt so. Voll. Okay, jetzt hab ich voll im Magazin. Das reicht. Standard-Magazin, größeres Magazin, da gibts gleich so feier, weißt? Stiefenrohr. Ich glaub, den Griff kaufen wir noch auf. Ja, das sollte man noch irgendwas anders kaufen. Ich glaub, das klappt. Rezisionsgewehr, eine Pistole, Leuchtpistole. Das brauchst du nicht. Ah, okay. Billigknarre. Das gefällt mir. Also da haben so Sachen drin, was du denkst. Oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Und bei dem, ähm, wenn du mit dem Handy ins Internet gehst und sowas, der zeugt auch den Mittelfinger statt den Zeigefinger. Ja, genau. Ja, das ist der GTA-Humor. Genau. Äh, der Hammer ist eine Nahkampfwaffe, da kann man halt bei nem Schlung damit, oder? Äh, da gibt's einen Hammer. Das wird eine Nahkampfwaffe sein, ja. Ich mach da mal ein Foto von euch. Die Lösung werden alle Strecke. Oh Mann, da gibt's ja mal Scheiß. Ja, du liebst Piraten-Lockers, eine fassende Mordwaffe, hol dir diesen Dolch mit Pw-Stange. Teil des Keins. Ja, da kannst du dir am Messer holen. Das ist genauso gut. Denk Raketen werfen. Du hast mich doch als Kaufer, kann ich sagen. Ja. Und wenn du auflevelst, dann kannst du dir immer mehr kaufen. Ja, ich sechst schon, da komm schon wo. Einig bist du, also wenn du die riesen, die, die, Minigang. Ja, du blieb. Minigang. Minigang. Ja. Brutal, gell? Ja, da gibt's alles Mögliche. Scharfschützengewehr. Brutal. Richtig geile. Ja. Echt. Aber ein Scharfschützengewehr braucht man jetzt eigentlich nicht so. Du kannst ja genauso einen Karabiner mit Scope kaufen. Ja. Soll ich mir da noch eins aufkaufen? Nein. Ein Zielfernrohr. Ich weiß nicht wie stark das ist, aber wenn es zu stark ist, dann stört das meistens eigentlich, wenn du, wenn du auf nähere Ziele zielen möchtest. Und meistens schießt man ja auf nähere Ziele, ne? Schwere Pistole. Ja, das reicht jetzt. Und fertig. Naja, nicht zu crazy werden hier. Kann man den eigentlich aushalten? Ähm nein, komm nicht. Warten wir ganz kurz. Ah, geht nicht. Aber wir können ja einen anderen Laden ausrauben. Das geht. Jetzt chill erstmal ganz kurz. Kann man da echt Waffe ziehen, ohne dass gleich jeder aufrangiert? Wer ist da in dem Auto? Lol. Okay. Nice. Okay. Steig ein. Ist deins, ne? Hm, ist meins, genau. Ich steig in mein eigenes Auto wieder ein. Okay, es hat nicht mehr gekehrt, aber trotzdem. Und mit dem bin ich grad kilometerweit gefahren, gell? Und dann steige ich wieder ein, gell? Und mitten drin sitzt der andere drinnen. Ja, genau. Was soll das eigentlich? Aber ich glaube, das ist da ein Mechaniker. Oder irgendwie sowas, der dein Auto immer bringt, wenn du das brauchst. Nein, das war nicht mehr eigentlich. Ich bin einfach auf die Straße gegangen auf irgendeine Auslösung. Also irgendeines. Und dann wirst du schon. Ja. Achtung, da vorne, die weißen Punkte, das sind andere Mitspieler und die sind meistens feindlich gelernt. Ja, genau. Die geschießen. Ja, richtig. Hey, ich hab jetzt nicht mehr geschaut, kann man da schusssichere Westen auch noch kaufen? Äh, mit dem Level noch nicht. Also es geht noch nicht. Also, dem, es ist, es sind da ein ganzer Haufen Polizeikräfte, hört man. Und die ganzen Leute laufen weg. Das heißt, da ist wahrscheinlich voll die Schießerei gerade. Genau. Und da möcht' die eigentlich nicht beitreten. Ja. Als Level 4er. Ja. Nicht ganz, nein. Und zwar nicht. Kann ich einen Walther, wie kann ich denn den einladen? Ähm, du musst Post 1 auf deinem Tastatur drucken und dann kommt das Social Club Overlay. Hey, das ist voll saublad. Wieso? Da hab ich meine Aufnahme drauf. Na mein, Position 1. Ja. Oh, wir werden beschossen. Achtung, ach. Ja, wenn's geht. Scheinbar geht's nicht. Hm? Scheinbar geht's nicht. Das ist ja krieg's davon. Oh, fuck. Ja, das ist immer so. Nicht richtig aimen. Oh, scheiße. Da vorne kommt noch mehr einer. Ach, scheiße. Schau dir den an, der hat noch einen Edda. Das ist das beste Outlook. Ja, den werden wir übrigens auch schon gesucht, gell? Ja, egal. Oida. Jetzt baut mir da genau eine. Und jetzt packen wir fest. Das ist ganz vergessen. Ja, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich hab noch erschossen, den einer. Ich bin hier. Das ist nicht gut. Aber einen hab ich erschossen. Aber einen hab ich erschossen. Super, jetzt wird mir die Polizei gleich erschossen. Jetzt kommt sofort dein Erzfeind. Wo ist das denn? Oh. Ein Engel. Ah ja, genau. Das erste Mal, wenn du stirbst, da kommt gleich so ein komischer Engel oder sowas. Das ist ja Wahnsinn. Dauert der lange? Na. so stürzt mir in den tod oder auch nicht super aktivieren pass ich muss es entweder in pausen können dass sich andere spiele angreifen können das ist vielleicht gar nicht so schlecht wenn wir in passiv den passiv modus ja aber wegen wegen schießen möchten wir ja oder ja schon aber dann kann man ja wieder ausser gehen aber gerade jetzt am anfang sagt der kostet da was dann sterben wir ja genau bist du gut drauf ich möchte gerade sterben irgendwie wenn wir mein auto schau ich habe schon da hinten weil ich seh dir gerade auf der karte nicht ja ich bin wahrscheinlich außerhalb deiner minimap ich hab's schon mal geile handel gefunden der rosenhummer ist das gerade ach ich weiß wo du bist ich glaube ich komme jetzt zu dir Ja, mit meinem reifenlosen Auto. Kannst du mir mit einstellen, mit einem fetten Hummer, hä? Ein Hummer? Ja. Ach, ich hab meine Sterne verloren, sehr gut. Ja, so ein Hummer. Ah, ich roll mir jetzt auch ein gutes Auto. Klassische Pistole, Pistole, hä? Was ist da der Unterschied? Ja, die klassische Pistole hat so Verzierungen. Was? Geh mal auf dein Handy mit mittlerer Mausrat und dann auf Kontakte. Ja. Und dann suchst du, äh, äh, dann suchst du nie und ein Lukas und dann immer Enter. Äh. Ich wollte... Kann man immer nur Ohren anschauen, Lukas? Immer nur Ohren, äh, aktivieren quasi? Ah na, man kann das mit Merei eigentlich machen. Weil ich, ich probier das gut mit dem Walter. Ähm, schon kurz her. Da, also du gehst quasi auf den, auf den Xenoid, zum Beispiel, mit Enter und dann auf Markierung hinzufügen. Ähm. Ja, das mit Cg auch, schau mal, ob's bei mir geht, bei meinem Kontakt. Ja. Und dann geht das mich auch gut nicht irgendwie. Glaub ich. Glaub ich. Ich fahre einfach mal durch Gänger, gell? Genau, er hat mich noch nicht hinzugefügt. Genau. Ja. Du hast noch nicht... Oh Mann, ey. Ein Telefon. Ja, super. Ja, du bist der, der hingeht und dann bauen einen Akku aus. Das auch. So, dann bauen wir jetzt, jetzt. Jetzt bauen wir einen Akku aus. So macht man das als professioneller YouTuber. Ein Akku aus, oder? Äh, Lukas, schickst du ihm noch mal eine? Noch mal, ja. Gott. So, ich fahre jetzt da hin. Ja, genau. Da. Wir mussten vielleicht noch zur Crew hinzufügen, oder so ein Witz. Ach. Ach, das hab ich vergessen. Ach. Ach, komm, ey. Da fährt sich ja... W-w-w-w-w-w-w-w... Turnschuhe. Ja. Ja. Genau. Der hat ja auch ein Wenderradius von einem Lastwagen, hey. Das ist ja... Ja, das ist ja ein Lastwagen. Ja. Ähm, Mike Schuh. Ist gerade dabei, Walter. Ich bin gerade dabei, ja, genau. Ähm... Oh. Da müssen wir links. Jawos, ey. Da fahren wir ja seitwärts. Das ist ja Wahnsinn. Ähm... Ähm... Kann der Walter meiner Crew an... Also... Er kann da so ein Request senden. Dass er in die Crew möchte, glaube ich. Walter such mal. Das muss man aber im Internet machen, ne? Auf dem Browser. Die Namen muss man nicht. Das kann man in Game machen, glaube ich. Das kann man in Game machen? Find Crew, was das ist. Schau mal, Walter, ob du Find Crew findst. Also im Social Blade. Er ist... Social Club Overlay. Das ist in Position 1, oder? Genau. Und dann muss er auf Social gehen und dann auf Find Crew. Wenn das auf Englisch steht. Ähm, Walter, Position 1. Kannst du das jetzt machen mit den Kontakten? Ich hab gerade irgendwie voll die Lags drin. Mhm. Das ist ganz gut Sinn. Und ich hab manchmal... Ich glaube, ich muss... Äh, äh... Ich hab mal gesehen, wie du hast er. Also er muss jetzt meine Crew an ihn weit schicken. Ähm, Walter, schau her. Geh mal auf Position 1. Dann wirst du auf Social geomert. Und dann auf... Freundschafts... Äh, ja, Freundschaft hast du jetzt eh schon. Und dann... Crew finden. Da unten. Hast du's? Und du gibst jetzt... Red Eye. Dann find's dir schon. Verschwind. Und dann musst du die Crew einladen und senden oder so. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich verfrucht. Äh, wie heißt denn die Crew genau? Bread Slice. Bread Slice gibst du mir ein. Lukas, lass es einfach. Car Derby. Fuh mal mit. Fuh mal mit, ich möchte auf die Rennstrecke aufgehen. Ja. Hast du g'sent, Walter? Ja. Gut. Äh, Lukas, du musst jetzt das annehmen. Aber mir leckt's irgendwie ein bisschen. Vontal gerade irgendwie. Ah, genau. Walter CDI. Und ich... Ich hab manchmal so senkrechte Streifen drin, aber weißt du, wenn das obere Beetle ein bisschen ist, ist schon weiter, so ist es unter der Beetle. Ja, genau. Und das geht kein Stück gar nicht, das Auto. Stimmt, ja. Boah, was sind da für Lacks drin, das ist ja Wahnsinn. Ja, noch ganz rund läuft's nicht, also es ist ja jetzt erst einmal einen Tag heraus. Mhm, ja, das merkt man. Ich glaube, ich muss meine Grafik-Sache ein bisschen runterstellen. Mhm. Weil ganz 60, äh... Hast du die Zuflige Reißpollen am Hals? Ich? Ja, aber ich hab keine Ahnung wieso, ich hab nix gemacht. Du hast mich voll angeschossen, die voll hangt da. Ja, aber das sollten wir doch in GTA auch machen. Äh, die fahren jetzt irgendwie wieder weg, gell? Das ist ja irgendwo. Ja, weil ich gerade wegsache. Jetzt hab ich zwei Sterne, wieso? Ich schau mal schnell meine Einstellungen durch da. Nein, es läuft nicht ganz so füssig, wie es eigentlich laufen sollte. Eigentlich nicht, gell? Es liegt alles bloß an dir. Aber ich seh, meine GPU arbeitet an 100% und ich muss ein bisschen runtergehen. Nein, ich arbeite 92-100%. Oh, lecker, mein Raum ist bei sim, kann man sonst was? Von 8, gell? Meine ist bei... Keine Ahnung. Aber ich hab bloß 20 FPS, das ist ein wenig blöd. Ich hab meine FPS-Zahl gar nicht... Ich glaub, es wäre von 9 oder 10 oder so. Ich glaub, 8. Ja, komm jetzt! Ah, man kann eine Race machen einfach. Mit dem Menü. Im Texture-Menü. Hm, ich schau grad noch schnell alles durch, he. Verweiterte Grafik. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwo noch Schatten oder sowas ausdruck kann. Ja, du kannst die langen Schatten ausdrucken, die Hyrule-Resolution-Schatten kannst ausdrucken. Haben die bei, äh, erweiterte Grafik drin, gell? Ähm, hab ich eh hier raus. Erweiterte Schatten hab ich noch nicht hier raus. Die hab ich da jetzt mal vorher ausdrucken. Mhm. Ah, also für mich hat sie nix gendert. Läger tut das immer noch. Ja, bei mir auch. Aber dafür schaut's schön aus. Also. Oh, der rauf. Oh, mein, 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 mein System-Monitor hat sich aufgehängt. Pfff. Das hat überhaupt nichts hier. Schreib mir mal wen an. Ja, wenn meiner so schnell wär. Ah, jetzt. Bei mir bist du über Stäblein, by the way, gell? Ja, ich bin grad. Was, geht schon hin? Ist der Walther drin jetzt? Ich schau mal. 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 Der Walther auch auf Bullen am Haus. Okay. Geh. Möh. Untertitelung des ZDF, 2020